So, Leute, jetzt geht's weiter. Infanterie in Bewegung. Ja, ja, jetzt hier weiter. Bewegung, Soldaten. Wir haben noch einiges vor uns. Hier diese Stellungen räumen. Wenn wir die geräumt haben, kommen ja noch hinten noch weitere Stellungen. Zu Befehl. Verstanden. Ja, Kommandant. Infanterie meldet sich zum Dienst. Erwarte Befehle. Okay, man kriegt's jetzt weit los. Infanterie meldet sich zum Dienst. War sehr gut. Fahrzeug funktionstüchtig. Ziel in Sicht. Ziel unter Beschuss nehmen. Artillerie einsatzbereit. Bestätigt. Wie lauten die Koordinaten? Weil ich schon alle Koordinaten. Jawohl. Löscht sie aus. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Fahrzeug funktionstüchtig. Seid ihr nicht. Kommandant. Jemand muss den Motor reparieren. Komm, komm, komm. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Betraut er sich nicht mehr? Fahre mal einer an. Hier kommt ein Nachschub. Und du hast repariert. Einsatzbereit, Kommandant. Bereit zum Angriff. Erwarte Befehle. In attesa di ordini. Fahrzeug funktionstüchtig. In attesa di ordini. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Infanterie meldet sich zum Dienst. So. Kanonen einsatzbereit. Warte noch hier hin. Si, Signore. Forza. Vehículo operativo. Ja, Kommandant. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Ja, Kommandant. Ja, ich drück's weiter, ey. Infanterie meldet sich zum Dienst. Bewegen unmöglich. Bereit zum Angriff. Si, Signore. Im Movimento. Befehle. A rapporto. Befehle, Kommandant. Zu Befehl. In attesa di ordini. Infanterie einsatzbereit. Schicken wir mal eine Infanterie da rein. Artillerie einsatzbereit. Angriff! Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Wir sind einsatzbereit. Wir sind einsatzbereit. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Wir sind einsatzbereit. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Bereit zum Angriff. Bewege! Katastal, You are spotted. Sono pronto, Signore. Si? Im Movimento! er kommt doch nicht durch ja kommandant befehle befehle na los hast du ja nichts so aber geht immer bitte kommandant jemand muss den motor reparieren die mörser drin moment 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 bewegung soldaten sicher befehle nene die mörser will ich jetzt nicht warte mal noch brauche ich noch für andere dinge mg schütze in bewegung wir sind einsatzbereit kommandant so jawohl wunderbar hätten wir schon mal hier oben befehle kommandant sind diese säulen überreste eines alten tempels wir sind einsatzbereit kommandant vorgeben wer ist mg geölt und einsatzbereit wie konnte man so etwas ohne moderne technologie bauen feindliche einheiten gesichtet ordini signore mg geölt und einsatzbereit ja läuft doch ganz gut ja So. Äh, Laboratorpartei. Er wird zerstört. In Marcha! Einsatzbereit, Kommandant. MG-Schütze meldet sich zum Dienst. MG-Schütze in Bewegung! MG gehüllt und einsatzbereit. Zu Befehl. Bereit zum Angriff. In Bewegung, Kommandant. Beeilung! MG-Schütze meldet sich zum Dienst. Ja, dann würde ich mal sagen, damit können wir unsere Tiger aufbauen. Ja. Jawohl. Auf dem Weg! Kommandant! Jemand muss den Motor reparieren! Infanterie in Bewegung! Dann komm mal her. Das geht jetzt mal gleich. Bereit zum Angriff. Oh! Oh! so, dann er, wenn noch sitzt, alles was dazu ja kommandant erwarte befehle erwarte befehle auf dem weg mittlerer panzer nicht recht wir sind einsatzbereit kommandant befehle kommandant bereit zum angriff und ganz kurz was meldet sich zum dienst so, und jetzt nochmal rein der lässt sich nicht tanken wir sind einsatzbereit kommandant was ist denn jetzt schon wieder hier los wir sind einsatzbereit kommandant wir sind einsatzbereit kommandant sag, dass du es kannst kannst du das dann nicht ja ok komm dann mach die halt voll oder im moment nee, nee, nee und das andere können wir hier noch einhalten laboraturfahrzeug machen wir das so sollt ihr den jetzt volltanken kommandant kommandant jemand muss den motor reparieren befehle kommandant kann den ja, panzer wir nicht betanken kann mir das jetzt mal bitte einer erklären betanken mit x was ist denn das jetzt hier für ne scheiße so, x oh, was anderes klicken wir mal kurz den Scharfschützen da rein oh, es ist echt wie im Kindergarten das ist Kindergartenniveau ok, hier habe ich noch einen ja, es ist echt schlimm es ist gerade richtig schlimm also, keine Ahnung frage mich echt was das jetzt hier wieder soll also, ich habe echt schon viel gesehen aber das hier übertrifft wirklich gerade alles kann die nicht das ergibt keinen Sinn das ergibt keinen Sinn ja, klarer Befehl ja, klarer Befehl jawohl, in Bewegung Kommandant Munition und tanken hier kommt ein Nachschub gehen wir ins ich weiß, dass der sich nicht bewegen kann deswegen mache ich es ja na los Bewegung der Sand legt den Motor lahm der muss doch den scheiß Hurensohn da erstmal betanken können auf dem Weg auf dem Weg ist die Scheiße verpackt jawohl ja, also das ist ein hundertprozentiger Bug bestätigt geht doch raus und betankt den was bist du für ein Arschloch jawohl zu Befehl ey, was soll ich denn jetzt machen abschleppen zu Befehl wir sind einsatzbereit Kommandant Frage ist, kann ich dich abschleppen Fahrzeug funktionstüchtig ja, das ist echt ätzend ich weiß nicht, was ich machen soll das ist nicht in Ordnung ich seh das jetzt nicht an dass das jetzt hier nicht geht Beeilung wir sind einsatzbereit Kommandant einsatzbereit Kommandant zu Befehl Fahrzeug funktionstüchtig okay, ich lass den erstmal hier oben Infanterie einsatzbereit und hol den dann später Feind gesichtet Infanterie in Bewegung Infanterie einsatzbereit Infanterie meldet sich zum Dienst also hier in Verbrannter geht's nicht mehr wir reparieren und füllen nach normalerweise ich mach jetzt mal automatisch hier versuchst du jetzt noch einmal denn normalerweise müsst ihr den hier automatisch nachfüllen erwarte Befehle ja, und die Scheiße ist gerade voll verbuggt da kann ich nichts machen Temperaturfahrzeug ja, es ist ärgerlich zu Befehl zu Befehl Befehle auf dem Weg Kommandant jemand muss den Motor reparieren hier kommt der Nachschub ja, das ist sau ätzend ärgerlich erwarte Befehle ergibt absolut keinen Sinn, was hier gerade passiert das ist echt mies das ist richtig mies was hier gerade passiert das ist jetzt echt eine ganz schön miese Nummer gerade Fahrzeug funktionstüchtig erwarte Befehle zu Befehl si signore forza ordini affermativo mg geölt und einsatzbereit mg schütze in Bewegung nichts zu fassen keine Ahnung, was hier los ist ordini Bewegung Soldaten na los Bewegung Befehle gut, wir sind so einsatzbereit Kommandant Bewegung wir können hier hin auf dem Weg verstanden zu Befehl hast du jetzt Spritprobleme? willst du mich verarschen? Befehle Befehle? Befehle? hier kommt der Nachschub Ja, der ist jetzt auch leer, dann kann der weg Moment, Moment Moment Gibt's dem noch die neuen Ordini? Si signore So, du freist hier hoch Ja, ich hab eigentlich hier eigentlich jetzt was anderes vorgehabt aber äh boah Ordini pronto a combattere Katz mich grad an Wir holen auf jeden Fall diese Fahrzeuge Das sind Flak-Fahrzeuge von da Hier oben hin Hier oben hin Hier oben hin Ja Infanterie Der Sand legt den Motoralarm Im Movimento Signore Ordini Signore So, Reparaturfahrzeug setzen wir mal hier so hin und dann kann der jedes mal hier auf einkreisen Ähm Infanterie Einsatzbereit Bewegung Soldaten Ja Kommandant Ja Ich bin grad auch richtig bedient Ganz ehrlich Ich bin grad richtig voll bedient Koordinaten Kommandant Wir sind einsatzbereit Kommandant Erwarte Befehle Jawohl Erwarte Befehle Auf dem Weg Erwarte Befehle Affirmativo Im Movimento Signore Kommandant Hier so hin Posto il cannone Ja Hier so hin Das passt Hier kommt ein Nachschub Jawohl Kommst du oben hin Da ist noch Sprit drin Si Signore Na los Abwehrgeschütz Ja Kommandant Fahrzeug Funktionstüchtig Ordini Erwarte Befehle Befehle Komm raus Beeilung Ordini Signore Bereit für die Schlacht Beeilung Unfassbar Was hier gerade abgeht Unfassbar Bestätigt Ja Kommandant So jetzt gucken wir mal Dass man noch diese Stammte eine Bereit für die Schlacht Ding hier durch Wir sind einsatzbereit Kommandant In Bewegung Kommandant MG geölt Und einsatzbereit Feindliche Einheiten Gesichtet Wir reparieren Und füllen nach Bewegung Bewegung Befehle Befehle In Bewegung Kommandant Bewegung Soldaten Wir sind einsatzbereit Kommandant Wir sind einsatzbereit Einsatzbereit Kommandant In Bewegung Komm Infanterie einsatzbereit Scheiße Wollte Befehle Sperrfeuer Völlig aufpassen Infanterie in Bewegung Völlig aufpassen Sperrfeuer Kugelhagel Kugelhagel Super Infanterie meldet sich zum Dienst Mg geölt und einsatzbereit Zu Befehl Beeilung Wir sind einsatzbereit Kommandant Ja Kommandant Jetzt mach das Wir sind einsatzbereit Kommandant Beeilung Jawohl Mg Schütze Meldet sich zum Dienst In Attesa di Ordini In Movimento Signore Wir hin Na los Ja Ich bin immer noch Fassungslos Feuer eröffnen Bewegung Soldaten Ja Kommandant Mg Schütze meldet sich zum Dienst Hat jemand den Doktor gerufen In Bewegung Kommandant Okay Ich Ich hoffe dass es jetzt nachher irgendwie geht Irgendwie Ja Kommandant Hat jemand den Doktor gerufen Sanitäter einsatzbereit Bestätigt Sanitäter hier nach vorne geschickt Erwarte Befehle Dann mal runter mit dir Jawohl Befehle Den habe ich auf Schuss gesetzt Ja bin total gerade Voll in der Spur Aber in voller Erwarte Befehle Infanterie in Bewegung Das macht mich immer noch Fassungslos Ob ich mit dem Sanitäter unterwegs Nachschützen Hier ein bisschen mehr Reisen kann Bei einzelnen Stellungen Was haben wir Na los Jawohl Mg Schütze in Bewegung Beheilung Ähm Ganz kurz was gucken In Bewegung Bewegung Soldaten Bewegung Bewegung Soldaten Okay ich gehe mal davon aus Dass hier keiner mehr bringt Erwarte Befehle Bewegung Fahrzeug funktionstüchtig Sanitäter einsatzbereit Infanter Der Sand Legt den Motoralarm Hat jemand den Doktor gerufen Mg Schütze meldet sich zum Dienst Ist jemand verletzt Ich verstehe es Ich bin echt Gerade Oh ey Das ist echt übel Dass mir ein Tigerpanzer Jetzt hier fehlt Hab hier noch zwei Ich bin hier auch gut dabei Absolut Aber das ist halt jetzt etwas wo Ich muss gucken Was ich nachher jetzt mache Zu Befehl Na los Verstanden Posto il cannone In attesa di ordini Ja Kommandant Bewegung Soldaten Erwarte Befehle Auf dem Weg Hier kommt ein Nachschub Zu Befehl Artillerie Einsatzbereit Befehle Kanonen Einsatzbereit Ähm In Bewegung Kommandant Ja und Jawohl Ja mal einhalten Ist jemand verletzt Mg Schütze In Bewegung Sind Sehe ich jetzt hier mal keiner Befehle Kommandant Na los Erwarte Feuer Wir sind einsatzbereit Kommandant Beeilung Si Signore In Marcha Ist ok Bewegung Apparaturfahrzeug Der Feind Wenns noch Ähm Runde hier hinkriegen Wenns noch das Ding hier erobern Einsatzbereit Kommandant Macht mich immer noch fassungslos Ja da müssen wir mal ganz kurz Verdammt Herr Kommandant Der Sandsturm hat einen kritischen Motorschaden verursacht Ja 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 kommandant Zu Befehl Recebuto Jawohl Befehle Auch ein Reparaturfahrzeug Auf dem Weg Brauchen wir ihn Ist jemand verletzt Sanitäter unterwegs Jawohl Ja Kommandant Ja Auf dem Weg Bandagen sind einsatzbereit MG geölt und einsatzbereit MG geölt und einsatzbereit Hat jemand den Doktor gerufen? Hat jemand den Doktor gerufen? Bewegung Soldaten Jawohl Jawohl Na los Bestätigt Na los Verstanden Wenn man was ist, können die ja immer jederzeit eingreifen Befehle, Kommandant Ordine Ordine Si Forza 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 ergeben. Sehr gut. Mal gucken, was hier noch ist. Vielleicht steht hier noch was Interessantes. Ne. Das tut es leider nicht. Verstanden. Nein, kein Versorgungsfall. Einsatz bereit, Kommandant. Ja, der braucht. Befehle, Kommandant. Sono pronto, Signore. Affirmativo. Porza. Ich sage, ihr könnt jetzt hier hin. Beeilung. Auf dem Weg. Wir werden auch bestimmt irgendwo sein. Mit Sicherheit. Wir reparieren und füllen nach. Okay, du hast noch Treibstoff. Ja. Gibt es immer Treibstoff. Können wir den schon mal auch aus dem Ziel nehmen. Traibt der auch nicht. Aber kaum noch Treibstoff. Verdammt. Herr Kommandant. Der Sandsturm hat einen kritischen Motorschaden verursacht. Einsatz bereit, Kommandant. Jawohl. Fertig. Wir reparieren und füllen nach. Infanterie einsatzbereit. Jawohl. Warte mal. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. So. Verstanden. Jawohl. Bewegung. Ist jemand verletzt? Was ist da das? Wie lauten die Koordinaten? T. Beeilung. Einsatz bereit, Kommandant. Befehl. Befehl. Besorgungsfahrzeug hat noch die Koordinaten. Jawohl. Okay. Wir reparieren und füllen nach. Du hast noch Munition. Befehl, Kommandant. Befehl, Kommandant. Befehl, Kommandant. Befehl, Kommandant. So, wird sagen. Passt. Auf dem Weg. Beeilung. Im Movimento. Befehle? Ja, Kommandant. Was sind wir denn hier? Versorgen. Auch nichts. Okay. Ordini, Signore. Presto. Si, Signore. In attesa di ordini. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Bin da, wo man mich braucht. So, den Sanitäter. Auf dem Weg. Ach, komm, machen wir das noch nicht. Sanitäter unterwegs. Machen wir halt jetzt hier halt ein Megapart, was sollt. Das dürfte jetzt nicht mal so viel sein. Bewegung. Befehle. Infanterie einsatzbereit. Erwarte Befehle. Infanterie in Bewegung. Bewegung, Soldaten. MG-Schütze meldet sich zum Dienst. Ordini? Befehle? 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 Befehle. Befehle? 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 Bereit zum Angriff Verstanden Bereit zum Angriff Bestätigt Verdammt, Herr Kommandant Der Sandsturm hat einen kritischen Motorschaden verursacht Recebuto Recebuto Reparaturfahrzeug, kommst du hinterher? Sanitäter einsatzbereit Jawohl MG Schütze Infanterie meldet sich zum Dienst Bereit für die Schlacht So Zu Befehl Auf dem Weg Gut Warten wir bis der Sturm jetzt ein bisschen Erwarte Befehle Recebuto Auf dem Weg Befehle, Kommandant Fahrzeug, Funktionstüchtig Jawohl Jawohl So Feindliche Einheiten Befehle, Kommandant Erwarte Befehle In Bewegung, Kommandant Bin da, wo man mich braucht Einsatzbereit, Kommandant Jawohl Jawohl Befehle Sanitäter So Jawohl Bandagen sind einsatzbereit Bin da, wo man mich braucht Bewegung Dann räumen wir mal Verstanden Super Bandagen sind einsatzbereit Na los Sanitäter unterwegs So Jetzt waren wir mal zurück MG geölt und einsatzbereit Befehle Befehle In Bewegung Bewegung Ja, das wurde doch noch ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte Was ist okay Verstanden Jawohl So Feuer den Motor reparieren. Bewegung, Soldaten. Ja, bestätigt. Beeilung. Feindliche Einheiten. Halt die Zeit. Feuer! MG-Schütze meldet sich zum Dienst. Beeilung! Zerstört! Auf dem Weg! Ziel zerstört! MG-Schütze in Bewegung! Hat er jetzt hier? Befehle, Kommandant. Zu Befehl. Sanitäter unterwegs. Frage, ne? Bin da, wo man mich braucht. Beeilung! Eröffelfeier! Ist jemand verletzt? Eröffelfeuer! Ist jemand verletzt? Bestätigt. Feinheit. Im Movimento! Feinheit. Befehlung! 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 Sanitäter einsatzbereit. auf dem weg bestätigt in attesa di ordini im movimento signore mächtigen tiger puncher nutzen sie den schwung aus und zerschmettern sie die feindliche verteidigung am kasserienpas mg schütze meldet sich zum dienst einsatzbereit kommandant auf dem weg artillerie einsatzbereit endlich der sandsturm scheint weiterzuziehen verstärkung eingetroffen erst mal alles hier hinten und sicherheit würde ich sagen mg schütze meldet sich zum dienst ja das hier panzer und geilen habe ich schon befehle kommandant bewegung soldaten bereit für die schlacht bei dem tiger wohl verstehe es bis jetzt nicht ist koordinaten kann man hat echt ein rätsel aber ich mache jetzt hier meinen cut leute ja ich verstehe es immer noch nicht ich gucke mal ob ich ihn vielleicht jetzt doch nachher noch kriege aber naja wir werden sehen okay leute aber das war's von dem part wir sehen uns im nächsten part wieder und dann gucken wir ja dass wir das dann in dem finalen part auch machen halt auch doch und ja hier ist einiges schief gelaufen richtig einige schief gelaufen keine ahnung okay bis dann und ciao